Es ist gefährlich, wenn du in eine cave entdeckst. Aber hier... Ich will das mit dir aufhören. Wow, wir haben hier einen Blitz. Ist das eine TM? Sie setzt mir Flesh an ein Pokémon und benutzt es! Es schlägt sogar die inkydarkness der Caves. Die dunkelste Dunkelheit! Das ist immer noch ein Bruch aus dem Moment, aber auch egal. Aber um das zu benutzen, brauchst du die Gym Badges. Da stand doch gerade TM, oder? Und ich... H.M. Vom Plainpix Pokémon Gym. Was? 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 Jetzt bin ich total verwirrt. Das ist keine VM. Das ist eine TM. Was? What the fuck? Okay... Route F is a lie. Da brauche ich ein Fahrrad. Chicken weint. Ah, hier ist Route F. Die Musik kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur nicht woher. PP Max. Schön für dich. Was haben wir denn hier so für Pokémon? Mann! Äh, Name gerade vergessen. Dusselgrua? Was? War das dein deutscher Name? Ja, Dusselgrua. Du du du. Du du du. Du du. Donnerschock! Komm, zerstör es einfach, Mr. Flauschi! Du bist so flauschig, Mr. Flauschi! Bisschen Erfahrung für Mr. Flauschi! Ja. Hallo, Dusselgrua! Again and again and again! Und täglich grüßt das Murmeltier! Auch wenn du ein... 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 Ringeltäubchen darstellen sollst! Hehehehe! Okay! Na 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 na! Das gefällt mir aber gar nicht, dass du Mr. Flauschi einfach so weh tust! Ja, Vortilarm und Schnelligkeit! It's a lie! It's all a lie! Sekunde! Ja, gebe ich dir mal die Flinkklaue! Pokébots! Dieu! Verstecktes Item? Nö! Versteckte Item sind eine Lüge! Oh! 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 Äh! Illesebra! So viele tolle Elektro-Pokémon! Dabei habe ich auch schon Voltilarm und Tia! Ne? Scheinungswie ist nochmal deine Weiterentwicklung! Hehehe! Ich habe keine Ahnung! Egal! Oh! Illesebra! Zebra sitzt toll! Haben will! Haben will! Haben will! Wow! Eile mit Weilekreisle! Nicht einfach hier so mördern! Los du kleines Zebra! Komm her! Zebra! Kicken an ein Zebra gefangen! Yay! Kicken an ein Zebra! Lecker! Von der K Trevor! Nein, nicht Flashy. Flash. Flash. Flabra? Flabra. Haben wir Flash und Zebra. Flabra. Flabra. Es könnte glatt so eine Mischung aus einem Zebra und einem Flamara sein. Oder es ist... Naja. Flabra. Flabra. Nein, nein. Das sieht sich noch mehr an wie so eine Flamara. Flabra. Flabra. Da komm in meinem kleinen Team. Da oben ging es raus. Tschau rein. Du bist so schlecht in Orientierungs... ...Gedöns. Na, wer bist du denn? Hallo, I take it your traveler. Wie kommst du denn da rauf? Halt this. What do you say to taking on our family or for in a series of Pokemon battles? Als ich das das letzte Mal gemacht habe, ist Coco draufgegangen. Nein. Vielleicht später. Wenn ich stärker bin... Ne? Was? Hier gibt es auch Kraxler? Okay. Nee, 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 nee. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Später. Böse Erinnerung. Komm hoch. Coco. 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 Mr. Flauschi. Gut gemacht. Kraxler. Du du. Und Trainer. Today I'm very happy, so I'll give you a TM. Tag it. TM 5? We sind this. Rattle trees in the forest with headbutt. Kann Kreisle schon. Sometimes lebe Pokémon fall out. Ja, kann ich irgendwie in den Wald? Nö, kann ich nicht. Das ist der Verboten. Nicht hier die Bäume eigentlich. Nö. Verboten. That mountain, it has a secret entrance, but I see no entrance. Was? Geheime Eingänge? Meinen die den da unten? Wie soll man dann hier vorbeikommen? Ach du Scheiße. Ja, vielleicht kann man ihn mit Blitz sichtbar machen. Ich habe keine Ahnung. Oh, Kleinstein. Das wäre sogar gar nicht so schlecht gegen die normalen Arena. Ich frage es, wie schwäche ich dich? Auf jeden Fall nicht mit dir. Klein Stein. Das guckt irgendwie so grimmig. Ich traue mich nicht, Metallklaue zu benutzen. Sehr effektiv. Vierfach effektiv. Und... Ne? Nicht sehr effektiv beides, aber auf Fund. Ja. Wie hoch ist deine Fangenrate, Kleinstein? Ich will das hier nicht so zu einem unendlichen Kampf machen. 255, komm. Kleinstein. Geodude. Ja, schön für dich. It climbs mountains paths using only the power of its arms because they look just like boulders lining paths. Hikers may step on them without notice. Wow, das muss denen ja ganz schön auf die Nerven gehen. Wenn... Das ist ein richtiger Fußabdreter. Ja, Fußabdreter. Ein netteres Wort dafür wäre Teppich. Tepp... Tipo! Nein! Tipo ist kein Kleinstein! Na, du bist Teppich, ja. Ja. Was sollen wir denn hier noch so rumgucken? Kraxler! Hallo, Vogelein! Kennst du schon Mr. Flauschi? Wow, schneller. Hat sich gerade die Flinkklau aktiviert, ohne dass wir es gemerkt haben. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. It's not very effective. Ah, du hast Flauschi getötet! Das gefällt Yuki aber gar nicht, denn sie mag flauschige Dinge. Ah. Wieso getötet? Das ist keine Nasselok-Chicken. Macht der Gewohnheit. Super Bauschchen. Hättest du mir nicht den Beleber in die Hand drücken können? Egal, sonst scheint es hier ja nichts zu geben. Ich frage es wirklich ein Fahrrad her. Ja, das ist die große Frage, Ticcon. Du, 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 du. Du, 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 du der fünften. Aber das ist ja die dritte. Obwohl ja einige Sachen angepasst wurden. So, wer kommt denn kurz vor den Teppich raus? Hm, 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 hm. Bin wieder Yuki oder Kreisle? Kreisle könnte mir aber noch TMs beschaffen, beziehungsweise Items. Ja, direkt TMs. So, TM-Erdbeben. Das war cool. Yuki, ich nehme dir mal eine kleine Auszeit, ja? Hm, wir haben das Zebra noch gar nicht angeguckt. Flabra! Flabbebe! Ja, die geheime Vorentwicklung von Flabbebe. Okay. Draws electrical moves. Aha. Okay. Sind meine Pokémon eigentlich geheilt? Ja, Chicken sind sie. Du hast aber auch ein Kurzzeitgedächtnis. Meine Güte. Ja.